Nein, mach mal hier ein. Dann müssen wir nicht so lange warten. Was hat mich da oben getroffen? bin ich gut ich muss diesen scheiß balken nein ich mache erst ein safe state wenn ich das nein okay verarscht und trotzdem verloren ja genau und genau dann läuft es wieder mit normaler geschwindigkeit so jetzt kriege ich aber wenigstens noch mal ein pilz der mir auch nichts bringt ich will bis zum checkpoint charlie falsche taste okay gucken wir uns das ganze noch mal an erst mal wie ich mein pilz hier verliere dann wie ich ihn ups das war falsche taste naja naja jetzt darf ich aber jetzt darf ich okay jetzt kommt ein unterwasser braut wie ich unter wasser braut liebe wir haben eine musik zu meinen schlafen lalala 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 okay das hätte nicht sein gemusst Nur ey, was mache ich denn jetzt gerade? Ich habe auch irgendwie meinen Joypad-Scheiße konfiguriert. Ich muss mal davon wegkommen, so den Pad, weil das ist so ein kleiner Tick von mir. Ja, exakt wie das Original-Pad zu programmieren. Und das Original-Pad war schon nicht optimal tastenbelegt. Meiner Meinung nach. Lalalalalala. Mua. Jums, rauf da. Okay, äh, was soll dieser Verarschungspfeil? Ja, knack dir mal weiter. Oh, oh. Dü-düm-dü-düm-düm. Jung. 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 Ist der da gerade geglitscht? Tatsache. Umso besser. Der ist aber leider nicht... Oh, ma... Warum habe ich auf diesen Scheiß-Knopf gedrückt? Warum habe ich das gemacht? Keiner kann es mir beantworten. Dü-düm-dü-düm-dü-düm. Düm-düm-düm-dü-düm-dü-düm-dü-düm. Also gucken wir uns das nochmal an. Okay, das war gar nicht im Takte. Jung, da will ich jetzt durch. Danke. Das war auch sehr schlau. Das war zu kurz gesprungen. So, sorry wegen den Störgeräuschen. Da war eh nichts Interessantes drin. Mario, komm. Mach hinne. Ich habe nicht den ganzen Abend Zeit. Oh, das geht doch so. Kommt schon, ihr Schlafmützen. Wacht mal. Nein. Oh, ich sollte damit aufhören. Ich muss doch nur das Level schaffen. Und dann sind das noch vier andere, die mich töten können. Dü-düm-düm-dö-düm-düm-düm-düm-düm-düm-düm-düm-düm-düm-düm-düm-düm-düm-düm. Ja..... Durch da. Sehr schön. ja bis hierhin kann es und wenn mir nicht wieder ein saudummer fehler unterläuft von falscher taste in fisch schwimmen wieso falle ich immer wieder auf den selben scheiß hey cool ihr seid beide wach jungs und wer kann schneller schwimmen ihr oder ich ihr oder ich 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 da runter du dahin sehr schön siehste was machst du da wirst du mit bellen wow level geschafft u2 leben wo habe ich das leben her egal ab ins ne oh ich kann speichern sehr schön irgendwas ist an der musik komisch was sind das für wolken okay das ist ein hammer bruder vielleicht kann ja mal eine strichliste führen an wie vielen gegnern ich wie oft sterbe am besten mit farbe genau und hammer zählen als eigenständiger gegner der war blöd ich bin so gut ich sollte mit kaiser anfangen ja sehr schön was ist das das ist mein du suchst einen panzer hier ich habe ihn gefunden ich bin so gut ich bin so gut ich bin so gut hier so du stirbst eines graufollen natürlichen todes von schilder schlacken da komme ich jetzt mal gar nicht drauf klar da ist immer noch ein hammer bruder drauf ja mario komm schon her mario das schaffen wir jetzt mario 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 sehr schön den namen der hauptspielfigur kann ich schon mal so ist das ja sehr viel leichter guck mal chack guck mal chack war ha 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 ah ähm ne mach mal so oh mein gott oh mein gott ja es heißt zwar es ist noch kein meister vom himmel gefallen aber dafür ein boah tsch ey das ist nicht schwer ich spiel einfach nur grotten schlecht nein das stimmt nicht eine grotte ist besser als ich du stirbst danke und gibst mir deine stellen die ich dann benutzen werde um hier schön ja danke danke boah ey 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 Gib mir deinen Panzer. Dann Mo-äh. Mo-äh. Ja, ja, ja. Der Hacker hat tolle Ideen, mit denen ich alle nicht klarkomme. Ich habe das Gefühl, ich spiele Ultra. Ich höre da unten meinen Unwillen. Ah, geht doch. Danke. Und danke. Und rüber da. Und rauf da. Ja, und beide Shels direkt verlieren. Sehr gut gemacht. Mo-ah, du bist so gut. Gut. Auf ihn drauf. Und sorry. Mo-ah, wie ich das scheiß Telefon hasse.